Herzlich Willkommen zum Newsletter von Faktor C im Juni 2020. Hier, wo ich gerade stehe, haben wir am letzten Samstag gesessen. Friedbert Gey, unser Vorsitzender, Doris Schlereth, die stellvertretende Vorsitzende und ich als Geschäftsführer von Faktor C, während unserer Mitgliederversammlung, auf die wir jetzt wirklich sehr dankbar zurückblicken. Sie war digital, sie war gut besucht, sie war ermutigend. Nach dieser Mitgliederversammlung bieten wir Ihnen allen unser Berichtsheft an. Da können Sie sich im Detail kundig machen, was alles im letzten Jahr passiert ist bei uns und was wir in diesem Jahr alles machen und planen. Außerdem ist vor einigen Minuten unser neues Magazin erschienen. Sie sehen es schon auf den ersten Blick, es hat sich optisch verändert, es hat sich konzeptionell verändert, es ist ein wenig kleiner geworden. Freuen Sie sich jetzt schon, es wird in den nächsten Tagen bei Ihnen per Post sein und natürlich steht es auch per Download zur Verfügung. Nochmal erinnern möchte ich an unser Angebot. Sie kaufen eine Basisbibel auslese bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir schicken Ihnen die dazugehörige Banderole und schon verwandelt sich diese wunderbare kleine Bibelausgabe zu einer Faktor C-Bibel. Für alles gilt, auf Knopfdruck finden Sie alle Links und Hinweise in diesem Newsletter. Ein zweiter Gedanke. Wir haben vom Digitalisierungsschub und Schubs gesprochen und merken gleichzeitig, dass die Begegnungssehnsucht wächst. Das ist wichtig für all unsere Gruppen vor Ort und ich denke an verschiedene Beispiele. Die Wetzlarer haben eine Veranstaltung ausfallen lassen müssen, haben dafür ein Webinar kurzerhand per Video gedreht. Die Gruppe in Witten hat sich als Mitarbeiterteam mehrmals digital getroffen. In Pforzheim-Bruchsal gibt es eine kleine Gruppe Inspiration Wirtschaft, die sich einmal im Monat trifft und in Corona-Zeiten haben sie es hochgeschraubt auf wöchentlich. Digital selbstverständlich. In Hamburg ist gerade eine Gruppe von Young Professionals sozusagen unter unseren Schirm geschlüpft und will jetzt in Zukunft ihre Angebote auch als Faktor C-Gruppe anbieten. Nutzen Sie in den nächsten Monaten, die traditionell bei Faktor C eher eine ruhige Zeit sind, um jetzt schon zu planen, wie es dann weitergeht mit Präsenzveranstaltungen, mit hybriden Veranstaltungen, also Präsenz und digital. Wir helfen Ihnen gerne dabei vor Ort und wenn Sie eine Gruppe suchen, gehen Sie einfach auf unsere Webseite. Noch gibt es eine ganze Reihe digitaler Angebote, die wir von Würzburg aus organisieren. Faktor C zu Hause, tragen Sie sich ein im Kalender wieder am 1. Juli 2020. Mein Faktor C in der Krise, eine kleine Videoclip-Reihe, wo einzelne Mitglieder unserer Initiative erzählen, was Ihr Faktor C in der Krise ist. Das nächste Webinar steht schon in der kommenden Woche an von Elke Fischer, unserem Mitglied, zum Thema Vorsorge, Patientenverfügung. Alle Infos in diesem Newsletter. Und das Impact Weekend der Young Professors steht vor der Tür. Vom 3. und bis zum 4. Juli gibt es dieses Treffen in diesem Jahr ausnahmsweise digital. Ein letzter Punkt, der mir wichtig ist in diesem kurzen Video. Im Moment ist unser aktueller Brief Geld für sein Haus dringend benötigt in der Druckerei. Er wird in den nächsten Wochen per Post zu vielen von Ihnen kommen. Vielen Dank, wenn Sie ihn wohlwollend aufmerksam wahrnehmen und lesen und nach Ihren Möglichkeiten reagieren. Denn Corona fordert uns auch als Faktor C finanziell. Jetzt sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Interesse, für Ihr Gebet, für Ihre Gaben, bis sich unsere Wege wieder kreuzen. Vielen Dank.